Ja, hallo, mein Name ist Christina, ich komme aus Deutschland und ich habe jetzt hier knapp drei Wochen im Atria Ayurveda Ressort verbracht und kann nur sagen, ich hatte eine wunderbare Zeit. Es ist eine sehr, sehr schöne Anlage, eine Anlage mit langer Tradition, umgeben von Reisfeldern und du kannst hier, betreut durch Dr. Schried und sein wunderbares Team, eine ganz fantastische Zeit verbringen. Es ist eine sehr individuelle Betreuung und das Team versucht, alle Wünsche, die es irgendwie gibt, zu erfüllen. Es gibt auch sehr leckeres Essen, die Zimmer sind sauber und gepflegt, alles ist sehr schön und du hast viele Möglichkeiten, dich zurückzuziehen, deine Ruhe zu genießen. Du kannst am Yoga teilnehmen, an Meditationen oder auch Ausflüge unternehmen, je nachdem, was du möchtest. Und insofern, also ich kann es nur empfehlen und ich werde mit Sicherheit auch im nächsten Jahr wiederkommen. Vielen Dank.